Die Elf-Sekunden-Challenge. Welche Disney-Bösewichte hättest du gern in deiner Fußballmannschaft? Nenn so viele wie du kannst in elf Sekunden. Und los geht's! Ursula, la Madra Tresenicienta, el Capitán Garfio, Hades, äh... Und weiter? Maléfica y... Okay. Iskar, Jafar, D'Artemol, Gaston, D'Artisillos, D'Artemol. Ya dije, Darth Vader. Uh, ein Star Wars-Fan. Que más? Que más? Ursula! Nicht schlecht. Bueno, yo tengo a Maléfica, tengo a Ursula, tengo a Lotso, tengo a Zor, tengo a... Tengo... no tengo a nadie. Und der Gewinner ist... Luan! Gratuliere! Und jetzt alle Disney-Charaktere, die du in deiner Mannschaft nicht so gern hättest. Los geht's! Mate de Cars, en ruedas, Nemo, está nadando, no tiene piernas, la Sirenita, todo el día bajo el agua, no la pondría nunca. Das stimmt. Y a ver, a ver, a ver, Ursula de la Sirenita también. Al Corrobao de Notre Dame no lo pondría, al señor Papa de Toy Story no lo pondría, a Cenicienta no la pondría, a Bug Slygear no lo pondría, a Uno de los Siete Enanos, Tontín, no lo pondría. Netter Versuch. Furia viviría enojado, Superman, Nemo, Yoda, Linterna Verde. Okay. Nemo, Dori, eee... Und der Gewinner ist... Javi! Das war's für heute. Bis nächstes Mal. Die neue Serie Montag bis Freitag 19.25 im Disney Channel.